Musik Wir haben da gerade Geräusche gehört, ich bleib mal bei den Boys lieber. Ich geh da nicht mehr Richtung Wald. Ich hab ein verstärktes Feuer gebaut. Alter, die Waldfee. Mit Steinkreis, Alter. Ja. Die scheiße Dunkel ist einfach gar nix. Aber hab ich gar keine Iste? Ich hab da welche eingesammelt. Oder braucht man da richtig Stöcker? Du brauchst welche Stöcker, ja. Ach guck. Ich musste dann zerbrechen. Haben wir denn hier noch irgendwo? Nee, kann man nicht. Hier ist... Das ist ein Stock. Hier ist mal ein Stein. Es gibt Steine und Kleine. Ist irgendjemand von euch Stöcker am Inventar? Ja, warte. Äh... Ah, einen hab ich. Alter, man kann die Sachen oben auch noch aufmachen. Einfach mal oben auf die Kiste und sowas geht. Wie ein Inventar meinst? Ja, auf die Kisten, die kannst du aufmachen, ja. Ja, und man kann super weit nach rechts gucken. Hier sind meine Stöcker. Ja, ja, die hast du alle da. Ah, ja, es geht ja... Aha, alles klar. Alter. Ach, ich dachte, ich wusste gar nicht. Mal gucken. Ja, ja. Komplett hier hinten ist auch die Outfits und so. Ach du Scheiße. Schön, dass man es mal irgendwann merkt, ne Leute? Es geht ja richtig... Aber ich frag mich, wie ich das Wachen wegschmeißen kann. Ich hab's jetzt in der Hand. Jetzt kann ich damit schlafen. Ja, früher war es so, dass du so rausziehen konntest, oben in die Ecken, links oder rechts. Wenn ich drücke, nehm ich's in die Hand. Alles klar. Also im Klartext. Wenn wir das jetzt craften wollen... Ich hab ein paar Stöcker. Okay. Ne, so nimmt er seine Hand. Also rechtsklick. Hier, hier liege Stöcker. Eins, zwei. Davon eins. Das war eigentlich auch mal so ein bisschen wie das alte. Und das Messer. Boah, ich kann ein Blatt aufs Feuer packen. Okay, dann brennt er. Ja, okay. Das ist ja noch so ein bisschen wie beim alten, war Juse? Mit dem Craften. Man muss die Zutaten mit Rechtsklick anklicken, die man braucht, oben aus dem Bauplan, der diese Zahnrädchen ist. Und dann kann man's craften. Ja, genau. Aber nur wenn halt blinkt, wo man halt rennt. Dass halt auch irgendwas ist zum Craften. Ja. Ich hab ein Speer. Ja. Ich hab ein Speer. Ich hab auch ein Speer schon, ja. Drei Atzen. Okay. Chillen am Lagerfeuer. Ich brenne rein. Wir bringen uns noch Wurst, denn Aldi war zu teuer. Hey, Philp, wenn man aufs Feuer läuft, könnte man brennen. Ja. Ich bin noch am Wasser. Ich bin noch am Wasser. Irgendwas da. Okay. Okay. Was haben wir denn noch so dabei? Batterien. Betäubungsgewehr-Munition. Zwei Schuss. Sieben Schrotflinte. Drei, neun Millimeter. Das Handbuch. Feldration. Kennt man. Medizin hab ich bei. Haben wir noch C4. Leuchtfackeln. GPS. Feuerzeug. Na, ich hab alles aus den Kisten genommen, die da waren, wenn ihr noch nicht rausgegrappt habt. Ich weiß nicht. Beim letzten Teil war es so, beim ersten, dass alles doppelt war. Wenn einer es genommen hat, kannst du der andere auch nehmen. Eine Ruhe. Die Tape haben wir. Für mich unsere erste Watte. Okay. Das ist bloß Outfits. Eine Granate hab ich. Falls wir mal eine brauchen. Okay. Okay. Man kann die Gegenstände an den Rucksack packen, oder wie? Okay. Wahrscheinlich, wo du dann nicht so schnell mal ran musst. Ich hab das Gefühl, die Stöcker spawnen hier immer wieder nah. So, wie passiert da mit dem Sagen? Warte, wenn der wieder zufrieden ist, sag ich dem besser mal Stämme holen. Wenn der ja kontinuierlich wirklich Stämme hin holt, dann hast du ja auch gespannt. Das sind längere Pornflakes. So, pack mal Steine um dein Feuer rum, dass wir ein starkes Feuer haben. Können wir gleich bestimmt besser grillen. Ja. Wie kann ich denn Steine rumrum machen? Du wirst müde. Bau einen Unterschlupf für Plane. Oh, die Plane hab ich vorhin da hinten hingeschmissen. Habt ihr eure Plane noch bei? Äh, ich hab gar keine Plane. Ich hab das Dach bauen müssen. Wo ist denn die Plane? Im Momentan, glaub ich. Ich hab hier keine Plane bei mir. Also, ich seh keine. Steine. Steine. Wo soll die denn sein im Inventor, David? Plane? Mhm. Ähm, ich glaub das habt ihr ja aus dem Notfallcase bekommen, oder? Hm, nicht dass ich sie... Obwohl, wenn die Items doppelt sind, dann könnten sie nicht auch hier hinten liegen. Kann sein, dass ihr... Oder habt ihr alles mitgenommen? Weil ich hatte vorhin ne Plane in der Hand, die hab ich auf den Boden gelegt. Ich hatte keine Plane in der Hand. Der mag's heiß. Ich bin durstig. Ähm, ja. Wie kann ich was aus der Hand legen? Na geh, oder? Ja. Oh. Ich muss auch unbedingt schlafen. Ist das denn wie im ersten Teil, dass ich einfach umfalle? Bin ich ja mal gespannt. Kann ich nicht aus dem Wasser einfach trinken? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber hier hinten hab ich ne Plane. Oh ne, das ist Salzwasser, ne? Oh Gott, der ist ein Viech, oh Gott. Ich komm mit David. Auch wenn ich gleich vor Müdigkeit unkippe. Okay, okay, das sind Dreier. Okay, okay. Ich wollte nur... Komm! Warte nur das Ding, den Ding. Wie kann ich hier meine Dings auswählen? Die Messer hat erstmal... Pfff. Nicht sofort angehört, oder? Mach ich nicht. Er hockt sich hin? Kann ich mich auch hinhocken? Ich hock mich auch hin. Wir gehen das mal gehockt an. Also er hockt. Die anderen beiden laufen... ...zu euch. Hockt euch mal hin. Geil, heißt das wirklich, wenn man sich so friedlich verhält am Anfang, dass sie erstmal nichts tun? Also sie gucken und laufen um euch rum, aber... Ja, aber der eine läuft zur Hütte. Da muss mal einer hin. Bin da. Aber er hockt wieder hier vor mir. Okay, dann sitzt du. Die zwei habe ich im Blick. Der eine rennt weg. Okay, da steht wieder auf. Der eine rennt weg. Okay. Mhm. Vielleicht... ...sollte ich mal die Waffe aus der Hand nehmen. Ja, der hat ja auch eine Waffe in der Hand. Ist ja egal. Ich habe sie mal aus der Hand nehmen. Was will er jetzt? Der will mir, glaube ich, über einen Schädel hinziehen, oder? Der ist doch hier. Alter! Alter! Er greift einfach Hüsen an. Aua! Alter, ich bin gleich daus! Was? Ich bin... Alter! Da! Ist er da? Ist er da? Okay, der eine ist... Den einen habe ich gefickt. Einer muss mich mal hochholen, bitte. Ich habe so einen Kopf. Oh, der Kopf. Noch keine Ahnung, wie Kurzweil ist. Ich bin auch gleich down. Krass. Nehme ich nach, oder bin ich tot? Wenn der jetzt nicht... Hast du eh gedrückt, Yusen? Ich bin tot. Nee, gar nicht. Der hat mich irgendwie noch mal gehillt, und dann war ich tot. Okay. Ich habe den Kopf von denen. Versuch den mit dem Kopf abzusorgen. Na, dann mach es vorher. Ich wollte eigentlich verbrennen. Nee, nee, den Kopf können wir doch aufspießen. Achso, den Kopf können wir doch aufspießen. Na, mach das doch. Digi, aber ich will den Rest der Leiche verbrennen. Da kriegen wir Knochen von. Wenn es wie im ersten Teil ist. Achso, kannst du einen Spieß hier hinstellen? Oh, da liegt noch ein Bein. Guck mal, David. Du kannst ein Bein zum Schlagen nehmen. Ich habe eine Beinwaffe jetzt. Achso, ich kipp gleich irgendwo ein Verluste. Ja, ich habe auch noch nicht rausgefunden. Warte, ich bin nur mit dem Fahrer. Ich habe ein Bein in der Hand. Oh je. Ich schlag dich mit den Beinen. Oh, das zieht ja was ab. Lass mal ein Latschen ihn kriegen. Oh, ich habe es mir jetzt im Rucksack gesteckt. Gehe es im Rucksack stecken. Auch gut zu wissen. Wie schnell Zugriff ist, habe ich auch noch nicht gecheckt. So, das war der. Äh, mit I gedrückt halten. I gedrückt halten ist der Rucksack. Das heißt, alles was auf den Rucksack packst, ist schnell Zugriff. Okay. So, aber wie mache ich denn jetzt einen Spieß auf den Boden? Wie ist es jetzt mit dem Trinken? Wie machen wir das jetzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir etwas abkochen. Aber I ist schnell Zugriff? I gedrückt halten. I gedrückt halten ist der Rucksack. Alles klar, denn ergibt das ja voll Sinn. Ja, aber ich kann Ihnen nichts sagen, weil wir können ja mal in das Bauminü durchgucken. Also. Dann müssen wir das Haus eventuell fertig bauen. Ich geh mal ganz kurz pinkeln bis gleich, Leute. Yo. Schädelanke. Stecken, Schnellzugriff, Steine, Schnellzugriff ist eigentlich unter. Granate haben wir dran, was zu essen, die Flair haben wir dran. Den Kopf habe ich im Rucksack. Vielleicht noch schnell Zugriff auf den Kopf. Ah, okay. Wir müssen den Stock in die Hand nehmen, in den Boden rammen und den anspritzen. Dann können wir den Kopf drauf machen. Dann tut dies doch. Oder soll ich dies tun? Ähm. Du hast doch auch einen Kopf. Jeder einen. Also einen Stock kombinieren. Rechtsklick. Messer. Ja. Den Stock musst du, glaube ich, auch. Den Stock musst du ausrüsten. Okay. Machen wir den Typ vor. Ausrüsten. Machen wir das direkt vorm Haus machen oder hier vorne bei der Enge? Dann machen wir direkt vorm Haus. Dann lassen wir uns wenigstens. Warum? Lass doch einfach einen hier und du den da drüben. Ja. Hier in der Enge. Oder? Wieso? Ja. Ah, rechtsklick gedrückt. Äh, rechtsklick einmal gedrückt. Hm. Oh ja. Und dann? Jetzt hab ich ihn kaputt gemacht. Scheiße. Ähm. Weiter. Rechtsklick. Und dann? Ah, du musst einmal rechtsklick mal, dass du so ein... Ne, äh, rechtsklick gedrückt halt. Ja. Dann hast du dieses... Guck mal nach unten. Ist nix. Ne, ne, nicht... Drück mal... Drück mal einmal kurz. Bis du... Bis du ne... So ne... So ne Strichelinie aufgehören sie. Ah ja, haben wir. Genau. Jetzt musst du... Jetzt musst du nochmal rechtsklick machen. Dass er diesen Kreis hat. Ja. Und dann machst du linksklick. Ah. 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 So, ich mach... Ah. Dann muss ich bestimmt den Kopf in die Hand nehmen. So hätte ich auch über einen Schnellzugriff machen können. Ähm. Wo... Wo packt dein Kopf eigentlich hin? Ach, nach da oben, wo's Bein liegt. Achso. Muss man generell im Schnellzugriff machen, wie's aussieht. Alles klar. Und da ist der Kopf. Und dann... Tun wir den da mal drauf. Oh, ist falsch rum. Und der ist vom Kreuz... Äh... Macht die Richtung... Muss die Richtung stimmen? Ich... Das weiß ich. Scheiße, dunkel, alter. Muss man Gamma runterstellen oder hoch, David? Äh... Gamma hoch, damit's heller. Achso, mit der Axt spitzt man das an, war. Das Messer rein. Ich hoffe, dass das euch reicht. Von der Helligkeit. Von der Helligkeit. Das ist bei mir auch scheiße dunkel. Hä? Wo ist mein Stock denn? Hä? Nicht so. Mein Stock ist einfach weg. Du hast ihn hingestellt, draufgeschlagen. Ja. Ja. Ja, so. Ich hab Knochen bekommen. Ja, ich hab auch ganz viele Knochen bei. Wo liegen die da oben? Die Frage ist bloß, wie können wir trinken? Wir können doch hier nicht Meereswasser saufen, oder? Ach so, stimmt. Ich wollte gucken, ob wir irgendwas abbauen können. Und schlafen? Wie geht das? Du meintest, B ist Baumenü? Ach nee. Warte mal. Wir nehmen einfach das Alter. Es geht jetzt ein bisschen schneller. Ach nee, man muss B und dann X gut rückfalten. Ach scheiße, die Plane haben wir ja nicht. Oder hat einer von euch jetzt die Plane? Nee, die Plane liegt vorne, aber da kamen grad die Viecher. Piep'n over. Super. Ja. Wir könnten uns nen Jagdunterstand schnell bauen, aber wir können dann eigentlich in der nächsten, am nächsten Morgen auch die Dings fertig bauen. Können wir auch machen. Also ich find ja auch unser Helfer, der chillt. Ich mein, der muss sich ja auch ein bisschen ausruhen. Aber... Bett aus Stöckern können wir bauen. Ich könnte auch nen Knochen als Waffe nehmen, oder? Sonst richtig schönen, dicken Knochen. Wieso kann ich... Ich kann nicht die Maus auf schneiden zu gucken. Leute, ihr hättet einfach zu mit auf. Man kann die Händen pennen, aber es wird jetzt eh hell. Ja, na, das hatte ich vorhin gebaut. Aber dann kamen halt die Viecher. Ja, das meine ich. Aber gut, trinken, wie gesagt, wir reden auch ne ganz geile Sache, wie man's machen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist das hier alles Salzwasser. Vielleicht müssen wir in den Inland einen Fluss finden, oder? Wir packen David hier speichern. Ich kann nicht speichern, ja. Warte, wir speichern, weil ich jetzt habe. Ah, okay, das geht da easy. Ah, eins von drei, wir können immer noch schlafen. Usen, komm mal her und halb Y gedrückt. Wow, ne Stunde. Powernapping. Ja. Ja. So, jut hungrig ist eigentlich nicht das Problem, wenn gleich wieder die Dings kommen. Esen, 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 esen. Das war's, es gemerkt. Also nicht, dass ihr hier jetzt denkt, ich kümmere mich nicht um meinen Hund, aber meine Frau ist auch da. Nova. Nova, nein. Nova will einfach mitspielen. Ja. Ich glaube, die hört euch beide einfach nur und dadurch will sie mitreden. Was denn? Diese wunderbare Kreatuse niederzuknüppeln. Ja, warte kurz. Aber, warte, nein, nein, du musst erst noch Eier nehmen. Wir sammeln erstmal. Oh, ich kann was bauen. Steinpfeil. Gut. Ich habe keinen Bogen, was bringt das? Okay. Hat's Eier gelegt? Ich glaube, es legt doch Eier. Hat's Eier gelegt? Ja, wir müssen warten, bis es Eier gelegt hat. Die kann ich essen. Eier ist noch nicht, Schildi? Ja. Also, ich habe immer noch Durst. Wie trinkt man denn jetzt in diesem Spiel? Warte mal, gab's denn nicht irgendwo eine Felsflasche? Hat man die nicht im Menü irgendwo drin? Nee, hier ist ein Rucksack. Ich habe einen Vogel getötet. Ich habe zwei Vogel getötet. Du hast zwei Vogelze getötet? Ja. Und ganz viele Federn. Ich habe die auseinandergenommen. Oh mein Gott. Okay, man sieht's nicht. Ach, das... Meinten die nicht, die wollten das Spiel zinsieren? Nee. Oh Gott. Ich glaube, wir haben für die nächste Nacht fest. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin leicht verstört. Oh Gott. Man kann immer weiterhauen. Zu viele Federn. So, mit Federn. Braucht mehr Federn. Oh Gott, hier ist das nächste Viech. Für mich schlecht. Ist euch schon aufgefallen, wenn man B drückt zum Bauen, dass man denn noch Seiten weiter nach links und rechts blättern kann, um die anderen Sachen zu bauen? So, ja. Unten kannst du klicken. Also unten kannst du klicken, beziehungsweise in der Dings kannst du. Ah, okay. Das doppelt. Alles klar. Ja, du kannst an der Seite und unten. Alles klar. Aber wenn du bei so einem Dings bist, kannst du natürlich auch weiter. Also manchmal wird dir nicht alles aus dem Dings angezeigt. Kannst du die Hauptkategorie wählen und dann gehst du, äh, was zu haben. Ey, jetzt hast du es ohne mich getötet. Alter hat angefangen, ich habe sie mitgekillt. Jetzt stechen wir alle mal kurz rum. Ich will die hintere Floss. Ih, ich habe sie in der Hand. Es ist offen. Können wir gleich essen. Es ist offen. Wollen wir es nicht zu? Oh ja. Lecker. Ne, es hilft. Alles gut bei mir. Reif zu. Alles gut. Essen geht hoch. Nichts ist schlimm passiert. Solange wie es noch frisch ist, könnte er. Keiner will. Okay. Trinken wäre trotzdem gut. Ne, David muss mir da Axt so haben, oder? Sonst geht es nicht, glaube ich. Aber wie trinkt man? Ich bin da jetzt immer noch nicht weiter. Oder gibt es irgendwie noch ein anderes Menü, was wir noch nicht gecheckt haben? Ich, ich mache es. Ich, ich gucke erstmal in Neuerung. Astenbelegen. Es gibt eine Schnelltaste für das Feuerzeug. Das ist L. Okay, für Leiter. Es gibt eine Taste für Rennen. Äh, zerlegen ist T. Okay. Schlafen ist Y. Speichern ist E? Ne. Doch, Speichern ist E. Ne, doch auf C, ja. Auf dem Feld. Ach so, okay. Zurück, Struktur, Abbrechen, Buchmodus, Umschalten, Nix. Ah, wir können die Seiten blättern, indem wir auch rechts oder links klick machen. Baumanü meinst du? Mal, grifftaschenkategorie durch wechseln. Ich würde sagen, wir bauen unser Haus zu Ende. Wir brauchen noch zwei Hölzchen, ist Tag. Wie, zwei Hölzchen? Nur noch zwei Bäumefällen oder was? Na, zwei große Stämme und dann noch 25 Bretter. Aber wir haben ja da vorne schon mehr ganze Menge zu liegen. Und dann haben wir unser Haus und dann würde ich sagen, können wir... ...wischen gucken, dass wir auf dem Weg sind. Wie gesagt, Termatik trinken würde ich ganz gerne... Ja, ich auch eigentlich. Ja, deswegen, ich würde ja dann weitergehen, wenn wir unser Haus haben, dass wir vielleicht Essen essen können. Ja, dann scheiß wir auf das Haus. Essen ist ja nicht der Problem, trinken. Ja, genau, also scheiß auf das Haus und weiter. Ja, vielleicht muss ich auch. Aber der Baum fällt schon. Ne, dann... oder wir laufen geradezu jetzt zu dem Fluss. Nein, jetzt wird das Haus zu Ende gebaut. Dann damit Anni fangen, dann bringen wir das zu Ende. Okay. Ich weiß das selber nicht, was unsere Motion ist. Aber die Viecher machen anscheinend gut Aua, deswegen sollten wir am Spawn vielleicht... Warum sind hier jetzt auf einmal zwei Viecher? Jo, gute Frage. Feilen so ein bisschen unseren Typ hier an. Er fühlt sich bedroht. Der Typ geht zurück. Alter, hat mich gekillt. Schade, ich habe gedacht, ich könnte sie mit einem Hit von hinten erwischen, aber... Hat er wohl falsch gedacht, da hat er. Ich muss mal mehr blocken. Ja, blocken? Was denn? Oh, wir haben uns gegenseitig getötet, obwohl er steht wieder auf. Josen, bist du noch da? Hey, ich liege auf dem Boden, vielleicht hilft mir noch jemand, hoffe ich. Was? Wir liegen alle auf dem Boden, oder was? Drehsbahn. Ich bleib, mein Ding, ich guck mal, wie lange ich durchhalte. Okay, dann helfe ich dir aber nicht auch. Aber komm schon, sei einfach so. Mach ich auch nicht. Wir werden im Wasser wieder geboren, so wie es aussieht. Oder ist das so gesagt, die Ladezeit... Ah, du musst da... Nee, du musst nach unten gucken und eh gedrückt halten, du musst dich freischneiden. Boah. Muss man ja wissen, Alter. Okay, ich hab mein... Ich hab mein Bein... Mein Fuß abgeschnitten. Ey, wir sind an einer anderen Stelle jetzt gespawnt. Nein, wir müssen nur noch links sein. Kann ja auch... Okay, aber hier drüben ist ein Päckchen, was leuchtet. Ja, das ist meins. Kannst du das mal bitte... Ich häng immer noch. Was ist denn da los? Wie, das ist deins. Ja, da muss ich jetzt hin. Jetzt nicht mehr. Ja, aber ich mein Stuff wieder. Ja, Yusen, ich seh dein Stuff nicht. Das war mein Stuff. Ach so, okay. Ich hoffe, das hat Schaden bei dir gemacht. Nö. Welchen Stuff hab ich jetzt? Du hast immer nur dein eigenes Stuff. Du siehst auch nur dein eigenes Stuff. Ah, okay. Alles klärchen. Alter, haben die unser Haus auseinandergenommen? Ja. Haben sie. Jo. Nett. Wir machen auch weiter. Ich hab auch nicht lange genug gespielt. Ich kann mein Spiel noch nie fangen bei Steam. Obwohl wir es so weit hier hinten gebaut haben. Ist das alles, was wir können? Nee. Da ist nicht alles rausgeploppt, was wir reingesteckt haben. Oh Gott, ja. Ja, denn lass... Ja, aber noch weiter hinten. Dann müssen wir ja noch weiter laufen. Aber ich bin müde und bin durstig. Und was muss man dagegen tun? Ja, stimmt. Stimmt, das hat sich gar nicht neu gemacht, obwohl wir gestorben sind. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wollen wir nach vorne gehen und das Haus schnell bauen? Also mit einem Wald? Also beziehungsweise... Ja, schnell. Digga, ohne Wasser funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wir müssen jetzt eigentlich erstmal rausfinden, wo wir was zu trinken herkriegen, weil sonst haben wir auch gar nicht genug Kraft, um das schnellstmöglich zu bauen. Ja, guck mal geradezu, weil wenn du auf das Navi guckst. Geradezu. Oh, warte, warte, warte. Hier drüben ist eine Höhle. Vielleicht müssen wir einfach hier erstmal... Wir sind alle fast tot, aber wir gehen jetzt in die Höhle. Ne, vielleicht müssen wir ja jetzt in die Höhle, damit wir die Wasserflasche bekommen, mit der wir trinken können. Hier ist schon mal ein Eimer. Aber mit dem Eimer können wir nichts machen. Neue Einleitung im Inventar. Drücken Sie I. Steinpfeil. Okay. Handbuch. Wow. Ja, schlag mich doch, Yusen. Klar. Okay, ich bin dos. Ja, schön. Eigentlich müsste ich dich dafür jetzt verrecken lassen. Kann man nicht den gegenseitigen Schein ausschalten, Alter? Das hätte David vielleicht machen müssen, wo er den Server gestartet hat. Ihr wolltet auf normal. Ich hab gefragt, ob wir individuell machen können, wie bei Grounded. Ja, aber dieser Schein, das hat doch nichts mit der Schwierigkeitsstufe der Gegner zu tun, wenn man uns gegenseitig verletzt hat. Yusen, ich hab vorher gefragt, soll ich individuell und das eventuell ein bisschen verändern wie bei Grounded, oder soll ich normal machen? Das war ja die Frage vorhin. Ich hab dran gedacht, aber Yusen schlitzt mir ja in den Rücken. Ja, dann mach jemand da auf, damit wir rein können, damit wir mal gucken können, ob da Trinkwasser drin ist. Ich geh jetzt einfach rein. Tschüssi! Ab ins Löchle. Oder in die Spalte. Okay. Okay. Also wenn das jetzt natürlich sich ausstatt, dass es wirklich eine böse Höhle ist mit tausend Viechern, dann rennen wir sofort raus. Das ist der Plan, ja. Ah, man kann es ausmachen, okay. Okay, wir können also alles nehmen, ist alles doppelt. Da habe ich gerade einen Luftdruck genommen. Alter. Habe ich gerade einen Luftdruck genommen? Alter. Böse Höhle Sync. Amina zurück. Böse Hohle Sync. Weitere Ichек. Untertitelung des ZDF, 2020